Hallo, ich bin Katrin Schlachig, Miss Internet 2014. Wir sind hier in Hohensienburg in der Spielbank und bereiten uns langsam alle vor. Wir hatten gerade unsere Generalprobe. Die Mädels sind jetzt unten, machen sich fertig. Ich fange auch gleich an. Aufregung ist im Kommen, aber noch geht's gerade. Aber ich freue mich auf den Abend und ich freue mich auf die Wahl. Und es war eine gute Zeit, die wir hatten. Ich habe viele tolle Mädels kennengelernt und ich gönne jeder den Gewinn oder den Sieg. Und ja, ich hoffe, es wird ein schöner Abend. Meine Familie kommt auch.